Hallo, ab Donnerstag, dem 23.06. gibt es im Kaufland-Supermarkt ein Klapprad mit 20 Zoll von Zündab und das will ich hier ganz kurz zeigen. Also es gibt dann auch weitere Angebote zum Thema Fahrräder, Fahrradzubehör, Autos und Einkochen, aber hier geht es jetzt wirklich nur um dieses Fahrrad. Das wollte ich mal ganz kurz im Detail zeigen. Also und hier schon vorab der Preis 299 Euro. Also laut den Angaben von Kaufland hast du hier eine 33% Ersparnis zur unverbindlichen Preisempfehlung und wenn du eine Kaufland-Card hast, dann kostet das sogar nur 269 Euro. Und hier, das ist, wie du das hier sehen kannst, ist das ein Tiefeinsteigerrahmen, Rahmenhöhe ca. 36 cm mit City-Sattel, Shimano Nexus 3 Gang Schaltung mit Drehgriff, LED-Scheinwerfer, 15 Lux und Standrücklicht, Alu-V-Bremse vorne und Rücktrittbremse hinten mit Schutzblech, Kettenschutz und Gepäckträger sogar. Oh, wow! Und hier sogar ein Schloss wahrscheinlich dabei und so sieht das hier zusammengefaltet aus. Entspricht der Straßenverkehrsordnung. Faltmaß ca. 95, also 95 Breite, 74 Höhe und die Tiefe 32 cm, 16 kg wiegt das Rad, inklusive 90 cm Kettenschloss mit LED-Beleuchtung. Wollen wir mal das Kettenschloss oder, ne, ich glaube, das Fahrrad hat eine LED-Beleuchtung. Schauen wir mal, gibt es hier sonst noch mehr Infos? Ne, hier öffnet sich dann immer so ein komisches Seitenfenster mit anderen Suchergebnissen. Also definitiv, wenn du ein Klapprad möchtest mit 20 Zoll, ist das hier definitiv, glaube ich, ein ganz gutes Angebot für 299 Euro. Wie gesagt, ab Donnerstag, dem 23.06. Und ja, natürlich nur, solange der Vorrat reicht in deiner Kaufland-Filiale, kannst du das dann finden bis zum 29.06. Aber ich glaube nicht, dass es das Fahrrad so lange da im Supermarkt geben wird. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch ein Mag-Ich da, schreib einen Kommentar, was du von diesem Fahrrad hältst oder abonniere meinen Kanal für viele weitere Angebote.